Was geht YouTube, euer YouTube, was geht YouTube, ey, euer YouTube, ey, was geht, ey, 60% oder so haben nicht abonniert, die fragen sich gerade, was abgeht, ey, was geht, ey, was geht, ey, ja, was, ey, yeah, you, ey, bald 100.000, YouTube, you, bewerten und kommentieren nicht vergessen, ne? Ich hab einen, ich hab, glaube ich, einen, also meine Kamera wird gerade, das ist ein Meeting zum, ähm, also alles über Wolle, also das ist so für Leute, die so stricken, glaube ich, an so'n Scheiß. Ähm, Manuel. You know who that is? Get ready to delete them. Oh, dear. Here we go. Hello. Oh, hi, Maggie. Hey. Interesting. Who are you guys? We don't let people stay on if they don't have a picture. Oh, I can turn my camera on. You didn't ask me to do that. Hello, everybody. Hello, hello. Hey, James. Hey, what brings y'all to the group? What are y'all working on? Hey, Gwen. Hey, Gwen. Hi. Is that guy for real? Me? Yeah, you. Yeah, I'm for real. Oh, no, you got... No, ich übertreib jetzt. How does Ashley keep jumping over there in Manuel's box? In your secret square. Or maybe it's bugged out. That's weird. I hope ain't nobody taking no pictures of me. Oh, ich muss lachen. Give me a minute. Guck mal, jetzt. Ich übertreib jetzt, weil sie weg ist. Und sie ist mich da raus. Oh! Hey, hey, guck jetzt, guck jetzt bei mir. So, what do you... You guys know how to knit or crochet at all? Oh. Now, I see my face just go around on James' screen. I know, I saw it on Manuel's. I saw it as well. Yeah, I was saying, I saw it on Manuel's too, but I didn't see it on mine. Well, I don't know how y'all would have a picture of me unless you snap a picture of me. Yeah, exactly. So, I wouldn't do that. Guck mal, wie ich es jetzt in meinen Gaming-Cher-Sitze. Yeah, you have to... It's five dollars. Alex, you... Guck, ich mach wieder kurz an. Gaming-Cher. So, Negi, I seen on his screen. He had your face on his screen. Whose? Mine? Uh-huh. Mach jetzt nochmal, Alex, sie haben dich erwischt sowieso. I know, the people who are in me, here I am. Hi. What are they going to do? I don't know. I don't know, I think they're playing. Oh my gosh, he's licking your head. Oh mein Gott, sind da viele Leute drin. Und es ist wieder diese gleiche Musik. Und diese Kuchenfu-Panda-Musik ist das immer. Was machen die da? Da ist auch schon wieder die gleiche... Guck mal, diese Tonit sitzt seit zwei Wochen auf der gleichen Stelle. Ich schwöre, letztes Mal saß die auch da und hat genau das gemacht. Ich hab voll die richtig lustige Idee. Warte. Alex, guck mal bei der Kamera, bitte. Was ich jetzt mache. Ich seh's nicht. Ja? Ich seh deine keine Witz. Ich schreib ihm jetzt. Bitte, ich kann ihn privat schäumen. Warte, ich schreib mal. Can you see me, Kirit? Ich hab ihm geschrieben jetzt. Okay, er schreibt. Ich hab ihm geschrieben, ich hoffe, er antwortet. Cool, sieht so aus. Er antwortet nicht. Please make a Thumbs up if you see me. Oh, er hat einen Thumbs up. Er hat einen Daumen nach oben gemacht. Er sieht mich. Guck mal, was ich jetzt mache. Ey, yo, what the fuck? Man muss viel krasseres Kaliber ausbauen hier, ne? Viel krasseres Kaliber. Sag mal, Kirit einmal. Kirit. Soll ich so laut sagen? Sag das so wütend. Kirit. Kirit. Is the energy center that... Siehst du, siehst du Carol gerade? Siehst du Carol? Carol. Sie, what? Sag mal, what the fuck are you doing, Carol? Jungen, nein, das ist viel zu lange. Deswegen ist das so geil. Obwohl, hier sind so viele Leute drin. Die können dich eh nicht kicken. Das sind viel zu viele, weißt du? No. What the fuck are you doing, Carol? We apologize for these distractions here. We're gonna handle that. Please forgive us. Hey! Bist du gekickt? Ja! Alter, woher wussten die das? Hallo. Hi, hallo. Ali, Manuel, and... Hey, guys, what's up? Hey! Hey! I like your chairs. Are they Recaro's seat? Nice thing is that it has, like, some kind of a... ...schwanz attached to it. Like, always when I sit on it. It's like... It's nice. Like... It's for geek people. Yeah, yeah, it's for gamers. Like, it's... Yeah. Put a schwanz, like, attached to it. It's nice. On my chair, you also put a schwanz on. And then you sit on the schwanz and play some video games. It's also very funny. Can I change a little bit? Can I change the topic a little bit? Yeah, of course. Yeah, yeah, of course. I'm not shies as Agil. The K-pop, the BST. Yes. Oh, yeah, yeah, yeah. I know them. Are they popular? Yeah. And I actually know one BTS song, like, a bit of a song. Like, it goes... Yeah, 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 yeah. You're a shit on the toast. You're a shit on the toast and friss him, yeah. Okay? Yeah. Kyred. Kyred. Just start to tap lightly under your navel. What's that for a shit, man? I don't want to... Die Kacke zu machen. Guck mal, okay, lean an hier ganz rechts, wie das aussieht. Was ist das hier für ein NPC-Meeting, Alter? Was Kyred eigentlich? Da. Kyred macht, glaube ich, irgendwie was anderes gerade. Keine... Ja, sein Mic ist darüber nur eine Sekunde aktiviert. Das ist so richtig schlecht. Guck mal, was Johnny schreibt. Love it. Junge. Was ist das für ein Meeting? Machen wir jetzt so... Oh, 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 oh. What? What the fuck? Mach nochmal, mach nochmal. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh? Guck mal, guck mal, Dave, ganz rechts, Mitte an. Was ist das für ein Vorhang? Ganz rechts, Mitte? Was? Mitte, ganz rechts. Was ist das für so ein Vorhang? Warte, ich klau jetzt. Ich hab diesen Typen jetzt geklaut, zack. Jetzt legst du sein Gesicht da. Legst du sein Gesicht da weg. Bro. Ich wurde gekickt. Scheiße. Everybody's waiting for me to... It's Friday night. Ich kann nicht, man kann sich nicht entstummen. Du rast mal deine Hand, da bist du Seite 1. Hab jetzt Hand oben. Er hat mich gebannt. Warum? Was hab ich gemacht? Hä? Ey, ich hab ne Idee. Ich kopie ihn, mach einen Scheißhaufen auf seinen Kopf. Aber mach streamern. Streaming. If you don't know this, they're streaming on Twitch, what they're doing, so they could fall off their chair in front of their friends. Um, or whatever it is they're gonna do. Um, alright. Ey, guck mal, wie bin lacht. We sort of imagine an end of history, in which the history that we project is a picture is just sort of a, you know, modified version of, um, of a person. Yeah, I see. So, um, alle denken, ich bin gut gelaunt, doch sie wissen nicht, was geht. Doch sie wissen nicht, was geht.